So, guten Morgen! Liebe Praktikante, bist du da? Hallo! Herzlich Willkommen! Ja, vielen Dank! Schön, dass ich da war. Alles gut? Wie war's? Alles super! Das Aufstehen! Grausam! Das ist das Schlimmste! Das ist das Schlimmste, was man mir antun kann. Das ist wirklich, also... Das Leben ist hart, liebe Zuschauer! Genau! Hallo! Hallo! Herzlich Willkommen! Was ist das Schlimmste? Checkt euch das Oma, der beiden auf dem Lern abzuleusement, ihr선 die beiden auf den Lern abzuleuen! Euch ist hier oben.